1990 hamstring bridge plus marching und den rücken auf dem boden rollen rippen schließen becken ist aufgerichtet ihr habt viel bauchspannung hebt dann das becken nach oben stellt euch vor eure box hat rollen und würde weg rollen wenn es sie nicht auch aktiv zu euch her zieht und dann versucht ihr den hintern auf einer höhe zu halten und abwechselnd mit der aus atmung die fersen von der box zu heben und dann hört ihr auch das was die du gleich sagt